Hey Kevin, mach doch mal einen Cocktail mit 43er. Sehr gerne. Wir machen jetzt die Spanish Margarita. Das heißt, wir kombinieren Likör 43 mit Tequila. Dafür geben wir zunächst einmal 4 CL Likör 43 in einen Shaker. Das gibt der Margarita so eine schöne Vanillenote. An der Stelle auch Grüße an unseren Kollegen Elias von Likör 43. Dann kommen 2 CL des Limettensaftes hinzu. Natürlich frisch gepresst. Dann brauchen wir noch einen Tequila. Da könnt ihr natürlich auch einen Blanco nehmen, aber ich bevorzuge immer einen goldenen. Und auch von dem brauchen wir wieder 4 CL. Das shaken wir jetzt einmal auf Eis. Eis ist schon drin. Jetzt haben wir eine Koupette, die ich vorher kurz ins Eisfach gestellt. Das kühlt das ganze Glas ab und es gibt noch so einen coolen Frosted-Look. Und darin seien wir jetzt die Spanish Margarita drin ab. Er hat schon eine schöne goldene Farbe. Optional könnt ihr die ganze Sache noch einen Salz abgeben. Und dann noch eine Limette an den Rand. Und fertig ist die Spanish Margarita. Wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann lass ein Abo da.